hat mich summerfood angeschrieben ob ich nicht mal diese diese fußmaske testen möchte und da wir haben wir haben nochmal also summerfood hat mich angeschrieben und gefragt ob ich nicht diese fußmaske testen möchte ich ja gerne warum nicht weil der sommer kommt schneller als man denkt und man möchte ja schöne füße haben und wir haben uns letztes welche von balea mitgenommen die haben mich noch nicht getestet so ich habe jetzt eine für frauen bekommen eine für männer füße ja irgendwie muss jetzt leider den mann spielen und die testen die für die männer füße und ich teste die für die frauen füße und so und wir testen erst diese dann testen wir die von obwohl von balea können wir später testen aber wir testen erstmal diese wir testen weil ich bin echt gespannt weil die haben schon so viele youtuber getestet ich möchte die mal testen und möchte mal gucken ob die wirklich so gut sind wie immer gesagt wird und ja die testen wir du nimmst die für die männer füße und ich nehme die für die frauen füße und was hast du gesagt was du dann machen willst ach so und dann wenn wir dann die auflösung geben von diesem ergebnis dann werde ich mir hier so ein wärtchen einmal hier so ein paar stoppeln und dann hast du deine stimme tief und dann sagst du ja ich hab die männer-maske getestet und ich sage und ich die frauen-maske ne echt ne ich habe mich gefreut dass der mal gut mich angeschrieben hat und wir testen die gerne aus und sagen euch denn wie sie sind wofür sie empfehlen können oder nicht so meine lieben bis mal von uns gut okay meine lieben wir sehen uns hoffentlich im nächsten video wieder wir wünschen euch ein schönes wochenende selbe selbe tschüss hast du noch was zu der foodmaske hat ist ja nun ganz wichtig no tested on animals also ohne tierversuche ist sie herstellt ist doch ist doch erst mal sehr wichtig zu wissen no tested on animals da unten steht es schauen wir mal gucken wir mal wie es wird ja 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 ja